. 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 Das Autark ist Fortuna Juba-Tammer. Vergessen gut noch mal. Okay. Das Lattein. Lattein. Das im Adelshaus die Wurzeln bereits begonnen zu haben. Zwei. Zwei. Mal ab. In einem Monat verschieden ihr blau uniformiertes Soldaten von der Taverne. Und danke und schönen Tag. Umgeht mir bitte nicht verloren. Ich werde euch überlegen. Scheiße. Machen wir nochmal. Generalmajor Theodor Ludwig von Kiering. Prinz Philipp Josef. Seine durchlaucht. Es kam vorher. Seine durchlaucht. Fuck sorry. Seine durchlaucht. Prinz Philipp Josef. Der Zweite von Hessen. Genau. Ja. Und ich hab auch schon alles noch nicht. So so. Der Prinz Philipp also. Scheiße. Der Privatier. Königliche Ohrheit. Das ist mit dem Ehre hier auf Schlossfelden im Quartier geben zu dürfen. Scheiße. Tut mir leid. Tut mir nochmal. Kamera los. Königliche Ohrheit. Dürfte ich mir ganz. Königliche Ohrheit. Und wenn sie das sagen. Darf ich mir eine kleine Frage erlauben. Die weit über meinen Zuständigkeitsbereich gegenüber weg geht. Normal. So ist das jetzt meine Stelle. Wenn ich mir einen gut gemeinten Rat erlauben darf. Ist es die Möglichkeit, dass Tom vielleicht auch reinkommen würde. Eventuell. Ansonsten möchte er mit. Ah, schon. Ja. Er droht seine Arbeit niederzulegen. Wegen dem Beschluss des Kabinetts die Ostfront. Die Ostfront? Ja. Die Ostfassade. Ach. Soll ich größere Anlässe wie Empfänge bringen sich übrigens sonst nicht aus der Ruhe. Antworten? Und wohin möchtest du noch mal abreisen? Ich vergesst immer. Ach. Wir nehmen sie. Ja. Genau. Meint ihr eine solche Reise würde einer Frau denn... Anna-Katharina Radlbach ist ihr Name. Sie ist Tabak. Äh. Sie ist die... Fack. Oh. Solch größere Anlässe wie Empfänge bringen sie uns nicht aus der Ver... Antworten? Nee. Aus der Verfassung. Verfassung. Ja. Hauptmann Herbert Kempen hat... Denken die in ihrem Kriegsministerium etwa hätten hier nichts besseres zu tun als auf deren scheiß General zu warten? Danke zu drehen. Ich werde mich persönlich über General Feldmarschall Pompf. Nee, über den und beschwert mich auf gar keinen Fall. Da geht's nur Stress. Ich werde ihnen sagen was ich gut tun werde. Ich werde den Gefängnisministerium so dermaßen auf den Tisch kotzen, dass die in die Epauletten von den Rücken gefallen. Ich werde mich persönlich bei General Feldmarschall über... Nein. Ich werde mich über Sander beschweren. Nein, oh Gott, nein. Nicht über dich. Entschuldigung. Hey. Also. Und bitte. Stopp, 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 stopp. Tut mir echt leid, aber die Wasserflasche darf vollkommen. Oh, die hab ich da hingestellt. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Und die Königliche Hoheit, Generalmajor von Karendorf bat euch zu sprechen. Der war geil. Gierig. Du bist Karendorf. Ach. Da hab ich schnell irgendwas mit Karendorf. Gezündung und Ausweg. Gezündung und Ausweg. Gezündung und Ausweg. Gezündung und Ausweg. Fuck. Und wir haben so das Glühflaschen. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee.